Hallo Pyramide, möchtest du zu mir zum Abendessen kommen? Ja, Gene, danke für die Einladung. Entschuldige bitte, ich muss mal auf die Toilette. Ausgeschnit, nom 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 nom, mmmm, lecker. Oh nein, du hast alles aufgegessen. Das tut mir leid. Hallo Kuba, möchtest du zu mir zum Abendessen kommen? Ja, sehr gerne. Ah, mein Lieblingsessen. Nein, so ein Mist, das ist so unfair. Mmm, lecker, Rache ist süß. Das ist so ja alles gut.